Und gerade also, was ist hier, bitte? Frau von Pessl, jetzt schaut bitte mal bitte mal zu uns. Da ist wirklich gut. Frau von Pessl, schauen einmal mal an die Pessl. Können Sie alle eigentlich schnell bitte? Hier haben wir zu mir bitte. Hier geht es 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 zu mir. Hier geht es zu mir. Sebastian, geradeaus. Sebastian, geradeaus. Sebastian, geradeaus. Sebastian, hier hinten. Hier geht es zu mir. Hier geht es zu mir. Hier geht es zu mir. Die Tür war da so blöd. Hier geht es zu mir. Hier geht es zu mir. Hier geht es zu mir. Sebastian, geradeaus. Sebastian, geradeaus. Ja. 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 Ja.